Finken, Geld, drogen, Nutten Und meine fetten Stuzy, Alter Finken, Geld, drogen, Nutten Und meine fetten Stuzy, Alter Finken, Geld, drogen, Nutten Alter Alter! 1, 2, 1, 2, 1 Alter! We thought the drug laws were keeping us full. Come on. HIL soll ich die gleich mal überfahren? Ne, 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 sonst fails. Ja, ich weiss... Aber sollen wir nicht mal gleich von hier vorne anfangen zu schiessen? Wenn wir auch machen, aber es ist halt das Ding. Dann fressen wir Schüsse, ne? Also ich zumindest. Ja, warte mal ab. Kommt drauf an, was für eine Waffe ich benutze. Warte. Okay. Bist du bereit? Jo. Und, hast du was gefressen? Ja, ein, zwei, drei. Über uns. Hinter uns sind sie nicht tot. Oh nein, der eine war nicht tot. Scheiße. Egal, egal, das passt. Ich hab das volle AP. Warte, über uns, über uns der Typ. Hängt der, ich sollte es auf die SD hauen? Ja. Ja. Habe ich aufgemacht. Oh, verdammt. Warte, handvollen. Ach komm, die 64 GB wirst du noch haben. Nein. 6 GB. 6 GB hast du noch frei? Du musst keine... Ich habe ja 120. Ja, aber du brauchst keine Pornos auf der SSD. Nee. Also, Phil, ich glaube, das ist besser, gleich da vorne zu schießen. Nur, wenn es sei tot sein. Das war gerade unsere Worte. Ja, wir sparen uns halt das lahm Umlauf. Das war wirklich, richtig stressig. Ich habe auch nur 200 auf der SSD. Ich habe kein anderes Spiel mehr installiert neben GTA. CSGO muss auf jeden Fall fahren. Das hat schon sehr behindert. Oh ja, jetzt habe ich mir jetzt Dein Light blöscht. Jetzt sind es... Jetzt fehlen noch die Fatsche hier. Jetzt ist er dort. Alter. Alter Scheiße. Achtung. Von rechts. Ja, hab... Hab Schnellfeuergewehr. Digga, kann ich oder was? YOLO. Oh, der andere kommt jetzt hoch, glaube ich. Oh, da ist gerade einer Rackdoll-mäßig weggepackt. Oh, der saß im Schädel. Einer fehlt noch. Da. Okay, ist auch im Arsch. Wo ist denn der noch? Da unten, ich sehe ihn. Soll ich? Ich habe mehr Schuss. Er ist dort. Bist du sicher? Aber nur zwei ist mir die packt. Ich brauche keins. Ich schon. Ich habe dir nur einmal getroffen. Was ich brauche ist eine Weste. Sergeant West. Komm lieber runter. Hier gibt es Muni. Und Noten. Ja, das Problem ist, dass das männliche Noten sind. Da habe ich nicht so Bock drauf. Gibt schlimmere Schotterwelte. Hier, du hast doch gesagt, man kann keine Waffen schmeißen. Bei mir ging es nicht. Komm mal ran. Es ist Y. Ich gebe dir meine AK. Da hast du ein bisschen besser was von mir. Guck mal hinter dir. Da hast du doch auf der alten Zuge. Geil, Scheiße. Alles klar, Digger? Ja, ab geht's. Äh, ich glaube, du hast meine Bull-Up gekriegt. Scheiße. Hey, du Sarka. Wo ist meine Bull-Up? Hm, egal. Ich sehe sie mit dem hier. Ich glaube, jetzt haben wir keine Munitionsprobleme mehr. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, es ist drei Waffen, passt. Ja, und du müsstest auch meine Munition gekriegt haben, oder nicht? Ja. Ja. Und das Gewehr war voll mit 9000 Schuss. Das gibt mir ganz gut. Das gibt mir ganz gut. Also es ist übrigens Y, ja? Waffe auswählen, Y. Okay. Let's go! Oh, geil, ein Skop. Kommt her, ihr Penner. Wir haben auch already direkt erwischt. Sollte jetzt einfacher sein. Warum haben wir das Feuer nicht gemacht? Ach ja, ich vergaß das Ding ja nicht. Ja, wir luxen schon der, aber ey. Wie der gerade umgewackt ist. Was soll jetzt was? Eindeutige Verbesserung, sollte ich sagen, Phil. Ja, das geht schon. Also das Rector-Verhalten wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Von Runde zu Runde. Ich muss nachladen. Jetzt steht wieder einer hinter dem Kasten. Ja, da kümmere ich mich drum. Äh, da ist die Waffe. Hier, da stand einer hinter dem Kasten. Ich mache Wasserturm. Okay. Wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn sehe, wenn ich ihn... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Guck dir, gute Nacht. Oh, meine Frau ist so niedlich. Ich brauch Quips. Ich brauch Quips, sagt sie. Q-W-I-P-S, Quips. Quips. Komm, zeig dich. Bleib liegen. Nein, steh nicht auf. Bleib liegen. Heute Sonntag. Ah, da ist er. Hast du schon mal eine Rolle in E-Grupp-Perspektive gemacht? Ja, das ist widerlich. Aber ich glaub, das hab ich danach deaktiviert. Da gibt's eine Möglichkeit, das zu deaktivieren. Brauchst du Panzer? Ich nehm auch ein Learjet, ist mir egal. Wie ist er denn drauf? Und wo ist er drauf? Na, ich muss nachladen. Ach, geht doch. Also ich bräuchte Panzerung, ja. Wie sieht's bei dir aus, die Panzerung? Du, ich hab volles Leben. Ja, okay. Mein Leben ist nur ein bisschen angetickt. Also eigentlich ist es egal, wer's nimmt. Oh, da kommt einer näher. Guck mal, dass der von hinten da dran kommt. Fuck you. Ah, ich hab einen Visier. Gefickt. Und da weckt der Nächste. Ey, die Stelle ist geil. Oh, die stehen diesmal ganz anders. Ich kann hier grad schöne Reihe nach Abwollern, wenn die rankommen. Oh, komm schon. Alter, wie oft steht der auf, man? Gibt's doch nicht. Jetzt ist er dort. Da ist noch, ne, da ist noch... Alter. Jetzt. Immer wenn der Bildschirm so aufleuchtet. Ja, ja. Oh, 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 ich wurde hart getroffen. Okay. Aber du hast die Weste, ne, genommen. Ja. Aber die ist wieder respawn. Du kannst dir die wiederholen, aber nicht da hinten, weil jetzt ganz aus der Map, glaub ich. Ja, warte, ich bin noch nur ein Zentimeter weg. Passt. Okay. Warte, ich chill mal kurz an der Wand, bis ich grün bin. Okay. Hier war auch irgendwo ein Medipack gespawnt. Ich weiß noch nicht mal wo. Wie, der stirbt dadurch nicht. Ja, der steht ja nicht da. Der steht da. Der stand da. Steht gerade auf. Oh, guck mal, wie süß er gefallen ist. Laut Drehbuch solltest du jetzt fallen. In Slow-Mo. Was? Ja, Kassler. Willst du mich rollen? Doch, nicht komplette Muni. Soll ich dir was Neues geben? Mach mit der hier weiter. Ahem. Okay, die letzte Welle. Das ging jetzt aber schnell. Ja, wir versuchen es. Der vorletzte ist das. Nee, letzte. Sicher? Ja. Ganz sicher. Wie es mir, ob es die AK ausmacht. Das ging echt richtig schnell jetzt. Gefällt mir. Ja, dann teile es und schick es auf YouTube. Wir hatten gerade so geile Spiele. Ihr könnt ja gar nichts. Geil. Ey, echt, die waren so geil. Super. Geil. Ja, Trine. Gute Nacht. Trine, äh. Gute Nacht. Geil. Also, ich möchte, dass du das definierst. Einer noch, Phil. Na, erstmal haben wir beide gewonnen. Das ist ja eh schon mal gut. Und selten. Wir hatten jetzt bei dem Spiel, das ging eine Stunde. Beide Seiten Megatreeks. Hör, hör, hör. Die haben uns echt gerade getrunken. Das kann Verena sein. Nein, Verenas oben. Hey, ich bin's. Ähm, die hatten wir uns gerade kurz vor der fast fertig gemacht. Im nächsten Moment haben wir sie fertig gemacht. Ich bin noch, ich bin bei ihm. Wo soll ich hin? Phil, Phil, schnell. Hier steht das Gebietsüberschreitung. Was? Leute. Ich, frag Phil. Frag Phil, es gab keine Gebietsüberschreitung. Nee, gab's doch wirklich nicht. Ich bin auch neben dir. Siehste, Verena, die haben hier nicht so einen schönen Abend wie wir. Also, wir haben das sehr lustig. Wir haben auch Spaß. Das hat sich aber nicht so an. Verena, spielt sie noch eins oder nicht? Ach, ich weiß nicht. Melli, du kannst nicht noch eins spielen. Du musst erst noch Wäsche aufhängen. Okay, wir spielen noch. Außerdem, Melli, man soll aufhören, wenn's am schönsten ist. Das könnt ihr nicht mehr toppen. Das Problem ist, dass wir jetzt wahrscheinlich verkacken, weil das ist das dritte Spiel und wenn wir nur zu zweit sind. Ja, nee, das hast du recht. Das sollte man nicht. Ja, und außerdem sind zwei Wäscheständer voll und einer freut sich darauf, voll zu werden. Also, wir sollten doch spielen, meint er. Ich würde auf jeden Fall auch noch eins machen. Ja, cool. Fabi. Ein Heist. Fabi, wir haben hier zu tun. Wir haben hier zu tun, Digga. Aber ich hab jetzt voll die geilen Hände spielen. Du Ansfrage erhalten. So, ich bin jetzt aber erstmal raus. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Kriegst du die öfters, wenn ich voll oft auftreten? Ich fahr mal ein bisschen anders, Phil, ne? Ist so langweilig, immer dieselbe Strecke zu fahren. Und hier, jetzt ein bisschen Stunt. Einladen. Aber fahrt bitte die schnellste Strecke. Oh ja, ja, die Strecke. Hier in der Meckes von gestern ist es auch noch ein Dota. Hm? Ach, Nick? Nein. Mildukic? Keine Ahnung. Hatte Bastian gestern angeschleppt. Ach ja, wo wir dann immer uns verwechselt haben. Wo wir uns dann immer verwechselt haben. Naja, er und ich, weil immer Mel, dann hat man das immer... Ach, nein. Ach so. Haha, Mensch, erzählt mehr. Also ich hab jetzt Medusa. Wozu? Den Eisbrachen. Und einen vollen Wäschekorb. Mit, äh, mit den Geistern da rumpassieren. Und einen richtig vollen Wäschekorb. Äh, Virus, schick mir mal eine FL, bitte. Hey, der ist auch noch, ei, ei, ei. Den kenne ich. Moment, Moment. Du willst jetzt aber nicht Medusa spielen, oder? Machen wir wieder wie hierhin, Alex. Aber gib mir gleich die AK, dann danach. Danach, ja. Für meine, äh, zehn Heldenherausforderungen. Ja gut, da hab ich auch nochmal zwei offen. Ja, das ist aber meine dritte dann. Ne, es ist immer noch meine erste, weil ich mal denke, ne, an anderen... Und zermayern. Jawoll. Das war sauber. So, warte. Ich hab mich einen Schuss abbekommen. Warte, warte. Muss ich jetzt machen. Ich hab mal ein Bild geschickt. Da, vorne. An der Wand, an der Wand, hier, an der Wand. Ah ja, danke. Links unten, der zweite praktisch. Denk an den über uns. Mhm. Also der zweite von links unten. Ach, der ist lustig. Ja, ja, der Visage. Visage ist ein bisschen useless, glaub ich. Also, wurde mir zumindest gesagt, aber ich fand ihn ganz lustig. Ich hab den Botspiel ausprobiert und du hast dann deine, äh... Ja, wir sind gerade in der Heist, Leute. Sollen wir rausgehen? Das Heist... Nee, wir können nicht drinbleiben, aber halt die Fresse. Wäsche Korb. Wäsche Korb, Melly. Nee, ihr könnt ruhig, ihr könnt ruhig, 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 ruhig. Melly, kommst du mal mit hoch? Ja, ich bin mal. Okay, ich sag mal tschüss, Leute. Ciao, ihr. Tschüss. 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 Komm mit dem rechts. Unten, rechts, ist noch einer. Ja, ich hab grad oben erstmal einer. Der ist tot. Ist der rechts weg? Ja. Mit der AK sterben die erst schneller. Oh shit, du hast Neusen auf der Weg, protect dich selbst. Der Asset ist downstairs in der Arche. Transporte, wenn du dein Kampffläufer steigst, und schlägst die Interferenz. Oh shit. Help! Was zur fuck am ich zu tun? Ich hab's gemacht, 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 ich hab's gemacht. Ja, ich hab's gemacht. Okay, hast du den? Jo. Komm mal runter, ich hab diesmal nur einen halben Schuss abgekriegt. Ja, ich auch. Panzerungen ist sogar noch da. Ja, ja, bei mir auch. Das haben wir sehr gut gemacht. Alleine der Anfang halt, der hat's, der hat's rausgerissen. So, aber was sollte das gerade mit der Gebietsüberschreitung? Das macht doch keinen Sinn. Ich hab keine Ahnung, du standst genau neben mir. Ja, das ist genau wie der weggebackte Gegner gestern. Acht Kilometer vom Gefängnis entfernt sollen wir einen töten, ja, ist klar. Ja. Das ist ein Asset acquired, get to the pickup. Paycheck is in your hands, Transporter. Protect Ryszkowski. Officer, you're clearing a path for the Transporter and Ryszkowski. Get them out alive. This scene's gonna work. You're gonna clear the area, then Ryszkowski will move up. Clear and move. Clear and move. We need him out in one place. We'll be around out of there. Listen up. Der sich jetzt verbarrikadiert, auch da. Ah, Tristan, okay. Dann mach ich jetzt den letzten. Also der Wasserturm-Typ mein ich damit. Irgendwo wird auf mich geschossen. Naja, ich hab ihn schon. Der ist tot. Hebt der auf den Wasserturm noch? Nee, ne, der ist, der ist dahin. Okay. Jetzt die AK schon wieder leer. Fuck. Ich schmeiß dir gleich noch was hin. Oh, du wein, du Nütte. Da kommt man nicht durch. Durch beide Gitter geht einfach nicht. Jedes Mal versuche ich's. Und noch treffen tut man schon, aber wahrscheinlich nur halber Schaden. Wir waren nicht in GTA 5 von Anfang auch, so wie in GTA Vice City, ähm, diese Striche hinter den Schüssen. Was für Striche? Irgendwie quasi so ne Schusslinie. So, ich bin bei dir. Wo ist unser, wo ist unser Gefangennamen? Müssen wir den holen? Ja, ich muss den kurz antriggern, aber da vorne kommt noch was, deswegen steht er noch da. Nee, das ist doch schon. Ach so. Das ist doch schon das, wenn wir da um die Ecke gehen. Nee, besiege alle News, dann müssen wir wahrscheinlich noch weitermachen. Ja, toll. Ich trau mich aber gar nicht, nach vorne zu gehen. Dann bin ich wieder zu weit vom Gefängnis entfernt. Nee, er kommt, er kommt. Okay, der ist weg. Hast du noch Weste? Äh, nee. Ich auch nicht, dann nimm du aber. Weil eigentlich kommen wir ja relativ schnell. Ich komme eh gleich wieder. Ich hoffe, ich kannяться in fulfillinguel. Ich werde nicht verlassen. Ich werde mich glücklich ver gabitoon. Ich werde dich gerегift. Ich werde dich nicht damit haben. Ich werde mich gut machen. Ich werde mich blindbrahim Lorenzen. Ich werde dich versuchten. Ich werde mich by sagen. das war eine schöne Ablenkung Phil naja, die wollte die mal rausholen da er wollte den rausholen du kannst aber auch auf das Sido klettern auf Sido? ja, auf Sido achso, warte, ich hole die Weste das ist sein Kopf? oder das ist tatsächlich sein Kopf? wo denn? ich bin mal bei dir, ich guck mal genau durch deinen ich sehe seinen Kopf nicht ah, da, hinten mhm jo, den Kopf hab ich gesehen ach, da kann man auch hoch das hab ich dich doch gestern gefragt, ob das Sinn machen würde hast du das? keine Ahnung, ich hab schon halb gepennt ja, da kann man auch nicht das ist 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 jetzt die vorletzte, da kommt noch eine. Ich kassiere von irgendwo... Ach, da! Ist ja nichts, ist ja nichts, ist ja nichts da. Oh, hat der Schweine. Die haben immer so viel Glück, wenn man so diesen Balken zwischen zwei Sachen so trifft. Weißt du, was ich meine? Also du ziehst durch diese Gitter und auf einmal triffst du genau diesen Balken, wo seine Schädel eigentlich sein müsste. Ich muss mich kurz in Sicherheit bringen. Ich bin ganz schön rot am Leuchten. Diesmal sind sie mehr rechtslastig, ne? Also kommen ja bei dir da raus. Ja, die sind mehr rechts. Nazi. Sind die wieder da an dieser Stelle, wo du sie nicht siehst? Die sind hinter den Steinen. Also einer zumindest. Ne, zwei. Guck mal, da ist der eine. Und den anderen hast du gerade schlafen gelegt. Guck mal, was macht denn der da? Der ist immer noch am Leben. Was? Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Okay. Äh, schon eine Panzerung. Ja. Ist nämlich für die Rückfahrt auch nicht verkehrt. Nicht so weit weg. Ich habe gerade einen Schuss kassiert. Oh, wo steht er denn? Ist er wieder hinter diesem Stromkasten unter der Tür? Ah, da! Da, da, da. Ja. Treff den von hier aber nicht. Schon wieder den Balken erwischt. Ist die Panzerung wieder da? Nein. Warte, ich schieße ihn in den Arm. Da liegt er. Schon wieder im Balken. Ah, jetzt ist er weg. So. Geh und hole den Schack. Ja, Schackowski. Hol dir mal die Rüstung an der Ecke. Die ist nicht da. Achso. Gut, jetzt geht es darum, das Verfahren. Ja. Fahren, das ist gut. Ja, und diesmal hatten wir wieder nichts. Wir haben es genauso gemacht wie davor auch, Fabi. Ja, das ist total bummisch manchmal. Das ist verpackt. Ja, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich so wie mit dem einen Typen, den ich da einmal jagen musste. Ja. Der acht Kilometer entfernt war. Auf irgendeinem Parkplatz. Harter Gefängnisgegner, ey. Der hat uns echt alle hier ganz schön geflickt. Ja, das war so der typische Ami. Der hat auf den Weg hier einfach schlapp gemacht. Ich musste mal eben eine Rast einlegen, ein paar Burger essen. So, bin auch drinne. Warte noch auf ihn. Schackowski. Mach mal schneller, geh doch. Ist drinne. Jetzt hab ich sogar die Tür gehört. Oh, wenn ich, wenn ich rückansicht gedrückt halte und dann ein bisschen nach oben zoome, hab ich ein bisschen Außensicht wenigstens mal. Äh, markier mal der Flugzeug, bitte. Ah ja. Alles klar, unser Pilot landet gerade. Okay, ist markiert. Pilot ist gelandet. Ich finde auch gut. Oh, den hab ich's gegeben, ey. Was findest du gut? Also jeder kriegt einfach eine Anweisung, dann Emolitions, do what you can do. Bei uns geht's darum, einfach nur beschossen zu werden. So, wir steigen nicht aus, bis bevor wir nicht hundertprozentig wissen, dass alle weg sind. Ja. Diesmal ist er ganz schön nah. Zumindest so gut es geht. Links neben uns. Ja, ja. Nicht, dass er das Flugzeug erwischt. Nicht, dass die das Flugzeug erwischen. Ja, der sollte ein bisschen weiter nach vorne. Hier, wenn er jetzt ein Stück nach vorne gehen würde, dass wir hinterher fahren. Ja, jetzt kommen immer neue, ne? Schieß, schieß sie hin. Ja, der muss weiter nach vorne. Der Penner, der Penner geht gerade rein. Das ist gut. Okay. Dann folgen wir dem gleich. Direkt neben uns sind welche mit einer Pumpgun. Ja. Hier, der holt mich raus. Scheiße, was? Ja, keine Chance, Alter. Das ist zu viel. Ich krieg die nicht alle tot. Ihr müsst euch da einfach durchkämpfen. Nee, dann hättest du weiter nach vorne gemusst. Ähm, und wieder bin ich der Depp. Ich kann die nicht alle abschießen. Also ich hab so alle 10 Sekunden zwei Raketen und da kommen deutlich mehr. Aber du kannst auch auf unser Auto schießen, oder? Ja, auf unser Auto kann ich zu verschießen, aber wenn die Autos in eurer Nähe explodieren, dann macht euch das genauso schön. Nee, der Fehler war gerade einfach nur, dass er nicht nach vorne ist, weil du kannst uns nur ein 10-Sekunden-Fenster oder so erschießen, wo wir Zeit haben zum Einsteigen, weil sonst ist das ja unmöglich. Sonst ist ja direkt tot. Ich kann euch nicht, da die ganze Zeit frei ballern. Da kommen halt mehr, als ich abschießen kann. Ja, ich kann euch nicht mehr sagen. Vielen Dank.